Ihr wisst, dass ich das ganze Wochenende hier war, oder? Ja. Ja, du warst in deinem Zimmer. Würdet ihr das unter Eid bezeugen? Klar. Für dich würde ich einen Kopfschuss riskieren, das weißt du. Sehr beruhigend. So bin ich, so bin ich gestrickt. So ticke ich, wie man sagt. Die Hose gefällt mir. Dankeschön, hab ich vom Wühltisch. Wenn du größer bist, dann schenke ich sie dir. Ich komme doch nie in die Pubertät. Das wirst du, Baby. In unserer Familie sind alle Spätzünder. Ich hab erst mit 14 pubertiert, genau wie Olli. Spielt keine Rolle, ich bin adoptiert. Was? Was? Oh mein Gott. Wer hat dir das gesagt? Leute, wir wollten auf den richtigen Zeitpunkt warten. Pass auf. Manchmal, auch wenn ein Mann und eine Frau sich sehr lieben, wie deine Mutter und ich, weigern sich gewisse Organe miteinander zu kooperieren. Was ist los, Liebling? Warum sollen wir uns die Kehle aufschlitzen, falls jemand nach deinem Wochenende fragt? Es ist nichts, nur die Gerüchteküche. Was brodelt denn so in der Gerüchteküche? Irgendwas Interessantes? Nicht ganz, nein. Es fehlen einfach die guten Zutaten. Wow, cleveres Wortspiel. Gefällt mir gut. Bist du etwa verwandt mit mir? Nur angeheiratet. Ja, gib's mir. Also sind wir uns alle einig. Ich war das ganze Wochenende hier.